Da sind wir wieder bei VEGASYL, mit mir Sefi und Jutes! Moin! Bei Tensymphonia Dawn of the New World und wir machen uns gleich auf den Weg nach Altamira! Altamira, Altamira, ich mag Altamira! Versteht? Ne. Ah. Das war ja gut. Ich hasse es nicht, ich mag es nicht so. Einfach da. Das war ja gut. Ich habe mich überrascht. Ja, ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht, aber... Ich habe mich überrascht, dass ich das Gefühl habe. Ich glaube, es ist ein Problem, aber... Wenn man die Gespräche fühlt, dann lasse ich mir nicht. Ich danke für die Ereignisse. Wie geht es mit Altamira? Vanguarde hat sich in der zweiten Schauch auf dem Land. Die zweite Schauch? Das ist ein Wohnzimmer in der Nähe des Parkes. Ich glaube, es ist ein Haus, was er. Wenn man einen Verrug, wenn man einen Verrug, wenn man einen Verrug, wenn man einen Verrug, kann man sich in den Zweck zu erreichen. Wie geht's das? Ich habe gehört, dass man einen Verrug, von Legal. Wenn man das benutzt, kann man einen Verrug in den Zweck. Ah, das ist der Grund, ob ich das Kupfer ansebbrechen kann. Ach, das ist der Kupfer. Ich glaube, ich bin sehr fein, dass ich den Kupfer davon bin. Der Kupfer ist lange nicht zu verraten. Ich育てereidem VERY gut sein, dass ich die ganzen YachtOre hierher verhalte, wie wir dafür in den Umfang von beiden Kupfer erwarten. Ich bin zu Ende der Lauf. Ich bin zu Ende des Nach Ich glaube, dass die Bewerbungen sehr schwer sind. Ich werde nicht in die Stadt in 0.00 Uhr gehen. Was ist das? Ich habe keine Angst, damit sie nicht zu tun. Ich würde sie nicht schlafen, oder? Das ist ein Schmerz. Ich bin ein Tenebra-E. Wenn man ein Tenebra-E oder ein Tenebra-E, kann man noch ein Tenebra-E. Ich bin ein Tenebra-E. Was ist das? Ich bin ein Tenebra-E. Ich bin ein Tenebra-E. Man und ein Tenebra-E. Es ist ein Tenebra-E. Ein Tenebra-E ist ein Tenebra-E. Ich bin ein Tenebra-E. Ich bin ein Tenebra-E. Auf einmal. Ich bin ein Tenebra-E. Was ist das? Was ist das, Emil? Jetzt ist es, dass wir über 500 Sekunden überwunden haben. Oh, das ist super! Nein, das ist aber so. Man hat sich immer wieder auf die Kriegeln gezogen. Das ist super, Emil. Ah, das ist das. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nein, nein, ich habe mich sehr schwer. Ich fühle mich, aber... Ich denke, dass der Centurion-Core-Solm ist. Wir haben viel zu viel Kraft für die Kraft. Wir haben viel Kraft für die Kraft für die Kraft. Wie wird das? Was ist das? Äh, ich dachte wir haben keine Zeit. Dafür ist immer Zeit. Neu Nummer 2! Oh, da ist er. Also den hättest du sicher auch knicken können. Nein, der war zwingend. Oh, ein Schatztroh. Ein mystisches Symbol, das ist was für Martha. Oh, okay. Du willst doch weiter mit Martha rum und Eiern. Jaaa. Oh, da wirst du wieder mit bisher spüren. Dann ist gut. Schäler, bist du dich? Hast du deinen Teepi verbraucht oder was weiß ich gar nicht? So. Ähm, so schnell. Ja. 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 Ja, dann kannst du wenigstens ein bisschen mit Zaubern rumspannen. Ja. Spamming time. Wache sind so Elementsteine. Ja. Typisch, die man ja auch, wenn man nichts gemacht hat. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Halt's den Maul! Ah, da kommt meine Lieblingsstelle. Du hast deine Lieblingsstelle? Ja. 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 Nähtal. Eins, ich sehe mich nicht, was ich noch mal ver یackert habe. Ich denke, dass die Nähe des Meeres Saisen hat es nicht gewonnen. Das wäre schon sehr, was ich es. Wie viele sind die Indiensteine, aber es gilt für die Arbeit, die Einheit der Säden des Meeres Sädenes, ich denke, dass das so wie wir nicht weiterarbeiten. Ich habe das dumme Gefühl, wir hängen drei Stunden fest. Ich habe es auch sehr lange in Erinnerung. Ist ja nicht durch. Hallo? Ah. Na, jedenfalls. Wer bitte macht das Büro ganz oben und das Sicherheitszentrum ganz unten? Ja. Wenn ich nicht für die Sicherheit zustande, würde ich für den sicheren Raum ganz oben machen. Ich hätte vielleicht zwei Sicherheitsräume gemacht. Ja. Das macht viel mehr Sinn. Ich weiß noch, ich hänge hier Ewigkeiten drin. Ich habe diese... Was? Verdreckt. Ich nicht. Wie? Nur einer. Stipp, 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 stipp. Der hatte nicht viel zu lachen. Nein. Tück hat er erhalten. Ich wollte gerade sagen, pass hier. Was? Das war jetzt Zufall. Ein schöner Zufall. Hast du gut gemacht. Ich habe heute keine Antwort. Antworte mir, Siri. Was? 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 Puh, Puh, Puh. Ja, ich habe heute nicht mehr. Oh? Oh Gott! Ich bin stumm! Oh Gott, Alter! Wie auch immer einem das dabei helfen soll. Geht es euch hier noch ganz sauber? Warte mal. Stumm sind? Da. So geht es natürlich auch. Das Dax-Ding hat die ganze Zeit 5.000 geheilt. Auf dem Feind. Ich geh schon immer da hin und irgendwie ging das Ding nicht tot. Ich habe einen Baumsaft gekriegt. Woher zur Hölle war ein Baum? Das war bestimmt von der Pflanze. Die hat bestimmt Saft im Weg. Die hatte Priscilla auch noch. Dann rutschst du die haben oder nicht? Oh, 2, 2, 2, 1, 9 und 1. Fairer Tausch. Oh, da war zu. Das habe ich nicht gesehen. Das tut mir leid. Da habe ich echt noch mal einen Nuss überarbeitet. Das hat nichts zu kombinieren. Was steht denn da noch so? Da ist ein bisschen Arbeit. Irgendwie hatte ich das Gefühl... Ah, hier. Das wollte ich da auch eigentlich drauf haben. Schön. Ich brauche Punkte. In Flensburg. So. Dann kannst du das Objekt vorher wieder aufsetzen. Oh, mach einen Arkanarzt. Das mache ich als nächstes. Das wollte ich eigentlich nicht mehr. Also sowieso meistens wie ich kämpfe. Ach, wir können so drauf lassen. Willst du irgendwas Neues haben? Du hast sowieso keinen Platz mehr. Hätte ja sein können. Oh, sag nicht im Sicherheitsraum steuern. Sicherheitsraum, wo bist du? Hey Leute, es ist breit. Wir müssen sofort in den Keller gehen. Kommen wir da her? Nein. Doch. Ich dachte wir wären unten. Na ja, egal. Aber wir sind einfach so im Kreis gegangen. Also ich hab nicht mitgekriegt, dass wir einen... Also wir sind hier so um die Ecke gegangen? Ja, ja, ja. Ich hab gewissen, dass wir die Treppe runtergeladet sind. Wie geht's noch mal? Hallo! Ah! Sicherheitsraum gefolgen! Und der Sicherheitsraum wird nur von einem Typen bewacht. Wie immer! Er ist da. Okay. Wow! Du wolltest sie haben. Mach dir auch hier nen Job. Ich tippe, aber ich mir nichts tu. Schatz, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Aber ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ich werde nicht mit den Bewerbungsverlangen. Vielleicht ist das eine Reaktionelle? Das stimmt. Die Brüder wird durch den Ereventor durch den Ereventor eingestellt. Das stimmt. Ich bin der Brüder. Drei an, ist ja nicht mehr, dass du mit meinem Hintergrund basteln kannst. Sondern wir sind hier mit meinem Vater, von uns. Ka器 muss das Raine hat die Gruppe Verlassen, wo man sich wieder geändert hat, Jeans hat die Gruppe Verlassen, wo man sich wieder geändert hat, Fizien hat die Gruppe Verlassen, wo man sich wieder geändert hat. Wir müssen cutten. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns noch, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wir würden uns sehr darüber freuen, bis zum nächsten Mal und ciao!